Also Prokurat und Handelsregister ist der Zusammenhang hier. Die Eintragung ins Handelsregister ist nur und nicht. Sie ist nur, sagen Sie es mir, deklaratorisch. Anderes Wort dafür? Erklärend. Ja, ja, okay. Erklärend, bekannt machend, rechtsbekundend. Man verkündigt etwas. Man verkündet etwas. Deklaratorisch gleich rechtsbekundend. Bekannt machen. Und nicht konstitutiv. Anderes Wort für konstitutiv? Rechtserklärend. Nein, das ist das andere. Deklaratorisch ist rechtserklärend. Konstitutiv ist rechtsbegründend. Nicht rechtsbekundend, also nur bekannt machend, sondern rechtsbegründend. Das heißt, und das ist hier ja vorliegend nicht der Fall, die Eintragung ins Handelsregister macht irgendwas, was vorher nicht da war. Aber genau das ist ja hier nicht der Fall. Der ist ja schon vorher Prokurist. Diese Tatsache muss jetzt bekannt gemacht werden. So ist die Vorschrift. Aber er wird nicht Prokurist durch Eintragung ins Handelsregister. Er ist vorher Prokurist geworden durch ausdrückliche Erklärung. Sehen Sie den Unterschied. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.